Hi Leute, hier mit Netsch aus dem Hotelbett. Der folgende Film von Garten Productions ist nicht empfehlenswert. Er ist nichts für schwache Nerven. Ihr könnt ihn euch anschauen, solltet ihn euch aber nicht anschauen. Tschüss und goodbye. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist ja wirklich unglaublich. Lass mal ein bisschen wegnehmen, sonst sieht man mich durch die Brille nichts. Oh mein Gott, nennen Sie sich das mal ein, die Wohnung des Grauens, oh mein Gott, das ist wirklich unglaublich, unglaubliche Performance, wie kann man hier wohnen, Alter, ich muss mal kurz ran, Entschuldigung. Aus Sicherheitsgründen zeige ich Ihnen natürlich nicht, wo wir jetzt hier gedreht haben, das ist ganz wichtig. Okay, wir versuchen es nochmal. Also das ist wirklich die Wohnung des Grauens, wir gehen dann auch noch ein bisschen an Rauben weiter. Ja, das ist ja wirklich, nehmen Sie sich das mal an, wenn man überhaupt was erkennt. Alter, jetzt kommt noch der Horrorraum. Oh mein Gott, nehmen Sie sich das mal an, oh mein Gott, das ist ja wirklich unglaublich. Oh, ich habe es Ihnen tatsächlich gesagt, das ist unglaublich, was Sie da drinnen sehen. Jetzt müssen wir auch noch zusehen, dass wir die Türen wieder zu klingen. Und dann, der geheimnisvollste Ort der Welt, wohnen wir hier jetzt offenbart, das ist wirklich unglaublich. Der King of Kings Präsenz, die Wohnung des Grauens. Hier siehst du, oh mein Gott, oh mein Gott, Lasse, oh. Oh, da kommt der Südengst. Das ist die Harte, oder? Da kommt der Dammkroll. Ja, da kommt der Schwarzwoll hier oben. Das ist die absolute Krönung, ist das. Ja, da ist das Fett aufgemacht, da kam der Richter. Ja, deswegen sage ich ja, das ist die Harte, oder? Gibt es sogar auch so drei Minuten Scheiben, plötzlich? Einen wunderschönen guten Tag. Ich finde es ja auch schön, dass du in der Kamera bist. Da gibt es mal meine Ernstbedürfnisse heute, mal richtig schön, mal richtig schön darlegen. Ich kipp mich mal an, du bist ein sehr hässlicher Mensch. Ja, ich bin auch ein sehr unequemer Mensch. Ich scheiße in die Ecken, ich kippe in die Ecken. Habt ihr ja ein Video gesehen? Das bin ich mal. Da habe ich so eine kleine Sozialarbeiterin, sage ich euch. Und was passiert? Außer, dass ich diese Kermotten auf der Kleidkabel kriege. Ich bin jetzt 50, ist das nicht was? Aber im Endeffekt, ich will Freunde haben. Ich will Freunde haben. Kick mich doch mal an, kick ich Freunde. Nee, ich kippe nur den Spott und den Hohn und die Gemeinde, die mich verprügeln sehen. Mich tun sie schmerzen. Und warum? Ich bin so hässlich. Und ich bin ein Schwein, weil ich in die Ecken scheiße. Aber das bin ich halt, was? Und keiner will was da eben machen. Ich kippe auch nicht. Aber ich bin ja auch nicht beschweren, Freunde. Ich bin ein netter Mensch. Aber jetzt wisst ihr, und dann muss ich auch mal heben. Und ich finde auf jeden Fall, bitte, denk mal dran, es kann nicht jeder, glaube ich, der Schimmer im Gesicht haben. Ich bin ein hässliches Arzt. Na und? Dankeschön. Ich verabschiede mich von euch, mit meiner Hässlichkeit. Und ich freue mich. Tschüss. Auf Wiedersehen.